Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute müssen wir über Pride-Paraden sprechen und darüber, wie offensichtlich die LGBTQIA-Plus-Szene unsere Gesellschaft zerstört. Wirklich, ich kann es nicht fassen und ich wünschte, ich würde übertreiben. Erst Anfang Juli in Köln gab es den Christopher Street Day. Da liefen einfach mal Pädophile mit ihren Flaggen und forderten die Aufnahme des Buchstaben P in LGBTQIA+. Allein das reicht schon, um extrem angewidert zu sein. Wirklich, da kommt mir die Kotze hoch. Auf der internationalistischen Pride-Core forderten Sprechchöre die Befreiung von Palästina. Eine Rednerin bezeichnete Israel als Apartheidsstaat und als koloniales Siedlungsprojekt. Also einfach mal Antisemitismus verbreiten und Flaggen hochhalten, wo drauf steht, Queer as in Free Palestine. Auf Instagram hat die IQP vorher diesen Post veröffentlicht. Wir palästinensische Flinter prangern den Missbrauch vom queeren Befreiungskampf und der Queer Pride an, die instrumentalisiert werden, um das siedlerkolonialistische Projekt und den Apartheidsstaat Israel schönzureden. Also erstens, ihr instrumentalisiert den queeren Befreiungskampf und den Queer Pride, um Antisemitismus zu verbreiten. Außerdem ist Israel kein Apartheidsstaat. Also verdreht ihr einfach nur Tatsachen und verbreitet Fake News. Patriarchat, Transhass und Homohass sind Produkte des Kolonialismus. Klar, weil Palästina so pro-trans und pro-homo ist, ne? Passt auf, ich zeige euch, wie trans- und homofeindlich Palästina ist. Wir haben eben geklärt, dass Israel kein Apartheidsstaat ist. Dieser Vorwurf wurde zuerst erhoben von Amnesty International, die also antisemitische Stereotype verbreitet haben. Aber selbst Amnesty International schreibt auf ihrer Webseite, dass Die Organisation Al-Kafs, keine Ahnung, die sich für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in der palästinensischen Gesellschaft einsetzt, berichtete, LGBTI werde weiterhin die freie Ausübung ihrer Rechte verweigert, obwohl einvernehmliche gleichgeschlechtliche Beziehungen im Westjordanland nicht strafbar waren. Also haben wir schon mal Pädophile und Antisemitismus im Namen von LGBT. Was noch? Die nächste Straftat Ein paar Typen dachten sich, es wäre doch cool, einfach mal komplett nackt da rumzulaufen. Und das in aller Öffentlichkeit. Auf den Bildern sind zwar jetzt keine Kinder zu sehen, aber es ist ja jetzt kein Geheimnis, dass viele Leute ihre Kinder zu sowas mitnehmen. Nani? Und ja, ich weiß, das Bild ist älter, aber darum geht es bei meinem Argument ja nicht. Allgemein werden Kinder zu solchen Veranstaltungen mitgenommen und müssen dann solche Sachen sehen. Es geht einfach nicht klar, dass Leute vor potenziellen Kinderaugen nackt rumlaufen und ihren Exhibitionismus stolz ausleben. Das ist, verdammt nochmal, eine Straftat. Nächstes Thema. Nein, ich habe mich nicht verschrieben und ihr habt euch auch nicht verlesen. Peasure X hatte das in ihrer Instagram-Story gepostet. Du steckst mir deinen Fuß in die Ritze. Ja, aber gut, also da bin ich, das stimmt. Wie kommt man bitte auf so eine ekelhafte Idee, in aller Öffentlichkeit, wo es potenziell Kinder sehen können, jemandem einen Blowjob zu geben? Nur so nebenbei, auch das ist natürlich wieder eine Straftat und das alles im Deckmantel davon Akzeptanz zu schaffen. Solche ekelhaften Menschen werde ich niemals akzeptieren. But wait, there is more. No, God! No, God, please no! 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 Allgemein kamen einige Leute auf die kluge Idee, ihre Fetische in aller Öffentlichkeit auszuleben. Wie dieser Typ, der aus seinem Rücken, macht alles mit mir stehen hatte. Und dann sowas mit ihm gemacht wurde. Wieder in aller Öffentlichkeit. Dann hat Persia X noch diese Nachricht von jemandem erhalten, der wohl auch auf dem CSD war. Ich hab da gestern auch einen gesehen, der als Baby unterwegs war und hat da versucht mit kleinen Kindern zu spielen, während die Eltern dann komplett ausgerastet sind. Was für ein widerlicher Typ. Aber warum nimmt man seine Kinder zu sowas mit? Gerade wenn man ja weiß, dass schon seit langem solche Leute zu solchen Paraden gehen. Das sind alles alte Bilder und dort werden überall Kinder mit solchen Fetischen konfrontiert. Ich betäube meine Sinne. Ich hab mir noch eine Jackie-Gag in meinem Wille. Wenn man sowas weiß, dann nimmt man seine Kinder nicht mit zu sowas. Lasst eure Kinder daraus, verdammte Scheiße. Persia X, die selbst trans ist und somit zur Community gehört, schreibt selbst das in ihrer Story. Bin raus. Ich schäme mich so sehr für diese Community. Einfach ekelhaft. Gefolgt von diesen Storys. Diese sex-positive Ausrede, die ich jetzt auch gerade so oft lesen muss. So, ja, sex-positiv, deswegen machen wir das. Und deswegen sind wir nackt. Leute, in Berlin und in jeder anderen Großstadt in Deutschland habt ihr einen Club für alles. Da könnt ihr eure Pubplay-Kostüme anziehen. Da könnt ihr euch wie Hunde verhalten. Ihr könnt euch an einen Pfosten fesseln lassen. Und euch da für sechs Stunden lang durchficken lassen. Ich kenne diese Clubs. Nicht, weil ich da hingehe, aber weil andere Freunde von mir da hingehen und so. Ihr könnt euch da auch sogar ankacken lassen, eure Scheiße fressen. Ihr könnt hier alles machen. Tut nicht so, als werdet ihr so unterdrückt, dass ihr auf den Straßen ficken müsst, um irgendwie zu zeigen, dass ihr was auch immer seid, Schweine seid anscheinend so. Es gibt keinen validen Grund und kein gutes Argument, das ihr auf den Straßen ficken müsst. Es gibt einfach keins. Also bitte hört auf, euch lächerlich zu machen mit euren Nachrichten. Ihr seid einfach nur Schweine. Period. Und ich schließe mich ihr da einfach komplett an. Kommen wir zum nächsten und damit letzten Thema. Wird über all das Ekelhafte, worüber ich gerade geredet habe, in den Medien berichtet? Nein. Wenn man in Google CSD Berlin eingibt, taucht folgendes auf. Christopher Street Day, Konfetti-Regen für Liebe und Toleranz. Wir sind viele. Berliner CSD-Veranstalter ziehen positive Bilanz. In Unterwäsche beim CSD in Berlin. Desiree Nick begeistert Fans mit Outfit. Negative Schlagzeilen gibt es über den CSD selbst oder die Besucher nicht. Gruppen greifen Jugendliche und Mann an. Zwei homofeindliche Attacken nach dem CSD Berlin. CSD in Berlin, Ordner mit Nazi-Tattoos unterwegs. Also negative Schlagzeilen nur über rechte Bewegung, aber über die extrem linke Bewegung, die auf offener Straße fickt, wo es Kinder sehen könnten? Nö. Die verkackten Drecksmedien haben wahrscheinlich wieder Schiss, gecancelt zu werden, wenn sie negativ über die berichten. Aber es ist verdammt nochmal nicht in Ordnung, was da passiert ist. Es reicht mir jetzt. Wir können nicht einfach jeden Scheiß dulden, nur weil es von links kommt. Versteht mich nicht falsch. Über diesen Nazi-Ordner und die homophoben Gruppe muss natürlich auch berichtet werden. Es kann aber nicht sein, dass mal wieder keine Kritik Richtung links geht, obwohl da Leute nackt rumlaufen und Antisemitismus verbreitet wird. Eigentlich supporte ich solche Paraden ja, aber wenn sowas dabei rauskommt, dann setze ich mich dafür ein, dass sowas nie wieder passiert. Und wenn es am Ende bedeutet, dass solche Paraden verboten werden müssen. Aber sowas geht einfach gar nicht klar. Das soll es allerdings erstmal mit dem Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann liked das Video gerne und abonniert hier meinen Kanal. Schreibt mir eure Meinung wie immer in die Kommentare, aber werdet ja nicht beleidigen. Klickt dann auf diese beiden Videos hier und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut.